Der RTF1 Wetterbote präsentiert von Kleider Müller in Geislingen bei Balingen. Die größte Auswahl an Jacken und Mänteln in der Region Neckaralp. Morgen bleibt es trocken. Für einen Herbstspaziergang sollten Sie aber trotzdem noch einen dicken Pullover einpacken. Die Sonne zeigt sich nur zwei Stunden. Der RTF1 Wetterbote präsentiert von Kleider Müller in Geislingen bei Balingen. Die größte Auswahl an Jacken und Mänteln in der Region Neckaralp. Der Freitag startet mild bei 10 Grad. Vor allem am Morgen ist der Himmel noch stark bewölkt. Die Wolken verziehen sich aber im Laufe des Tages. Es bleibt trocken bei Höchstwerten um 14 Grad. Am Samstagmorgen können sich hier und da ein paar Nebelfelder bilden. Diese lösen sich aber spätestens am Mittag auf. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Der Himmel am Sonntag ist den ganzen Tag bedeckt, ebenso am Montag. Die Temperaturen liegen zwischen 9 und 14 Grad. Gerade für Menschen mit Herzbeschwerden kann die aktuelle Wetterlage böse Überraschungen bereithalten. Auch Patienten, die an Atemwegserkrankungen leiden, sollten etwas vorsichtiger sein. Wer an Koliken leidet, sollte keine Auswirkungen spüren.